Yo liebe Leute, Theo hier, ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario-Video auf meinem Kanal und jetzt will ich mal ein kleines Format ins Leben rufen, wo ich über Geheimnisse und Glitches in Spielen rede, in speziellen Spielen. Heute in dem Fall habe ich Super Mario 3D Land dabei, was für den Nintendo 3DS erschienen ist 2011. Und ich werde euch heute einfach mal die lustigsten Glitches und die geilsten Geheimnisse aus diesem Spiel zeigen. Jetzt habe ich noch eine richtig dicke geile Ankündigung zu machen und zwar jetzt am Freitag, der 20.10. beginnt meine Mario Odyssey Week. Ja, es ist dann nur noch eine Woche, bis Mario Odyssey erscheint und ich werde in dieser Woche versuchen, richtig, richtig viele Videos über Mario Odyssey zu machen, über spannende Themen rund um Mario Odyssey. Deswegen, wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du kein Video. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit den Glitches. Viel Spaß! Ja Leute, dann lasst uns mal beginnen. Erstmal 2011 Super Mario 3D Land, was für ein geniales Spiel. Ich habe mich so gefreut damals für den 3DS, als es rausgekommen ist. Und der erste Glitch, den ich euch jetzt vorstelle, der ist in dem allerersten Bowser-Level. Ja, man muss dort immer einen kleinen Parcours mehr oder wieder springen, ein kleines Level absolvieren und Bowser schießt die ganze Zeit Flammen auf einen. Aber Super Mario 3D Land hat ja auch damit geworben, dass der Tanooki-Anzug wieder zurück ist. Und genau den benötigt man auch für diesen Glitch. Wenn man nämlich im Normalfall einfach auf die Brücke kommt, wo Bowser steht, dann springt er nach vorne, um einen das Vorbeikommen ein bisschen zu erschweren. Aber wenn man den Tanooki-Suit benutzt, um letztendlich über diese eine Lava-Schlucht am Anfang zu springen, bevor er diesen großen Sprung macht, Bowser, wenn man dann wiederum schnell auf den Schalter springt, dann macht Bowser einen das Spiel kaputt, Leute. Ja, Bowser fällt dann offscreen in die Lava und stirbt. Man hat ihn dann mehr oder weniger besiegt in diesem Level. Man hört auch die Soundfiles, die abgespielt werden, aber man sieht es halt nicht, weil er offscreen ist. Und damit softlockt das Spiel, also es friert ein. Man kann nichts mehr machen außer Pause, es geht nicht weiter. Soviel zum ersten Glitch. Hinter dem nächsten Glitch steckt wieder Bowser und zwar mit seinen komischen Boxen, die auch in Super Mario 3D Land überall verteilt sind. Wo ja im Normalfall eigentlich Gegner rauskommen. Wenn man das übermenschliche Glück hat und dort eine Box ist, die zufällige Power-Ups einfach rausgibt. Wie in diesem Falle, Leute. Und man erlangt noch einen Stern und kann im richtigen Frame eine Arschbombe auf dieser Kiste landen. Dann hört euch einfach mal an, was dann passiert. Ja, Leute, ein enormes Geräusch und extreme Lags brechen auf einmal über das Spiel hinein. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen, aber eins ist sicher, das sollte eigentlich nicht passieren. Als nächstes will ich euch ein kleines gruseliges Geheimnis zeigen, Leute. Und zwar hatte ich das schon mal vorgestellt auf meinem Kanal. Es gibt ja immer diese Geisterlevel in Super Mario 3D Land. Und dort am Ende, wenn man dort lang genug wartet, also wirklich, wirklich lange, man denkt, was soll da noch passieren? Hat Nintendo was eingebaut, was wirklich ein bisschen verstörend ist? Und wenn man mal genau hinsieht, Leute, hier sieht es hier rechts eingeblendet, sieht man einen Geist, der nach der Zeit auftaucht. Irgendein Gespenst, irgendeine Gestalt mit so einem weißen Gesicht. Mich erinnert das ein bisschen aus das Ohmgesicht aus Chiros Reise ins Zauberland. Es ist aber kein richtiger Buh, die man sonst als Geister aus der Mario-Welt kennt, sondern wirklich so eine humane, menschliche Gestalt mit einem Geistergesicht. Da ist die Frage, wer ist das und warum macht Nintendo das? Als nächstes zeige ich euch wieder einen kleinen Glitch, Leute, und den gibt es fast in jedem Mario-Spiel. Ja, das ist wirklich kein Scherz. Der Glitch ist in fast jedem Mario-Spiel verfügbar. Und in Super Mario 3D, dann kann man ihn direkt in der ersten Welt im zweiten Level ausführen. Und zwar sind dort immer diese Koopas. Und genau mit diesen Koopas hängt auch der Glitch zusammen. Man kann immer einen Koopa-Panzer irgendwo einklemmen und ihn in so einem Intervall abprallen lassen von den Wänden, beziehungsweise von irgendwas, dass Mario immer wieder auf ihm landet und dann ein Leben kriegt. Jedes Mal bei jedem Sprung kriegt er ein Leben, Leute. Ja, ihr seht es hier in dem Falle und er macht wirklich die 1000 Leben voll. Und dieser Glitch hängt nämlich auch mit einem kleinen Geheimnis zusammen, denn ein kleines Secret in Super Mario 3D Land ist, wenn man 1000 Leben voll macht, was wirklich, wirklich viel ist, dann sieht man anstatt die Lebensanzahl eine Krone, beziehungsweise drei Kronen. Und damit kommt noch was Neueres und Krasseres dazu, und zwar, dass Mario keine Mütze mehr trägt. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, man spielt dann Mario ohne Mütze in diesem Spiel, aber um so viele Leben zu sammeln, muss man schon echt krank sein, oder man macht halt diesen einen Glitch kurz. Ja, Leute, es ist ja wirklich der Tanuki-Suit wiedergekommen, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, und das war wirklich ein Riesen-Comeback und für mich auch einer der Kaufgründe für Super Mario 3D Land. Nicht nur, dass es ein 3D-Mario ist auf einer Handheld-Konsole, sondern es war einfach auch der Tanuki-Suit wieder da. Und damit hängt nämlich auch der nächste Glitch zusammen. Man kann sich ja zu einer Steinstatue machen, wenn man eine Stampfattacke macht, in dem Tanuki-Suit, und das ist ja wirklich ein Riesenvorteil auch von dem Tanuki-Suit, weil man in dieser Form einfach unsterblich ist und nichts kann an irgendwas anhaben. Aber stellt euch mal vor, ihr könnt euch nicht mehr zurückverwandeln und bleibt für immer ein Stein. Das ist nämlich der nächste kleine Glitch, den ich euch vorstelle, und zwar, wenn man auf diesen komischen Plattformen, die immer wieder hoch und runter gehen und wieder in die Wand verschwinden, eine Stampfattacke macht und zu einem Stein wird, dann kann man sich nicht mehr zurückverwandeln. Ja, man ist in so einem Intervall gefangen und kann sich nicht mehr zurückverwandeln. Beziehungsweise ist es wirklich schwer, wieder sich zurückzuverwandeln. Man muss da wirklich drauf rumhämmern, wie ein Bekloppter, bis man sich dann letztendlich wieder zu einem Menschen verwandelt. Ja, Leute, ich sehe es ja an den Daumen nach oben, ob ihr Bock habt auf so ein kleines Glitch- und Geheimnis-Format, so ein Secret-Format, wo ich über Secrets und Glitches rede in verschiedenen Spielen. Das waren jetzt so meine Favorites aus Super Mario 3D Land. Es gibt natürlich noch mehr, vielleicht könnte man nochmal einen zweiten Part alleine über Super Mario 3D Land machen. Wie gesagt, ich sehe es an den Daumen nach oben, ob ihr Bock habt. Ansonsten jetzt am Freitag beginnt meine Mario Odyssey Week. Ich freue mich schon, Leute. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theodore. Ich freue mich schon, Leute.